Arztbesuch, Schwangere Anna Maria Fatschichi ist beunruhigt Anna Maria Fatschichi, 41, teilt beunruhig Ende Gedanken Vor wenigen Tagen machten die achtfache Mutter und ihr Mann Bushido, 44, öffentlich, dass sie offenbar ein weiteres Kind erwarten. Die Influencerin machte weitere Tests, um sich diesbezüglich zu vergewissern, stets war das Ergebnis positiv. Heute soll das Ganze nochmal von einem Arzt abgecheckt werden, doch Anna Maria ist deswegen offenbar etwas mulmig zumute. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so ein gutes Gefühl, gestand die 41-Jährige in ihrer Instagram-Story. Schließlich unterscheide sich ihre jetzige Schwangerschaft von den vorherigen. Ich merke irgendwie null, dass ich schwanger bin und sonst habe ich das immer sofort gemerkt. Aber gut, schauen wir, erklärte die Podcast-Ärin genauer. Die Schwangerschaft war offenbar nicht geplant, Anna Maria hatte davon nur durch Zufall erfahren. Da eine Freundin von ihr Schwangerschaftssymptome hatte und daraufhin einen Test machte, entschied sie sich spontan, ebenfalls einen zu machen. Wir waren beide leicht geschockt. Es ist noch sehr früh und ich weiß, da kann noch alles passieren, betonte sie, nachdem beide Ergebnisse positiv waren.